Willkommen meine Freunde und heute zeige ich euch, wie man Gameplay von der Nintendo Switch aufzeichnet, um es nachher für Let's Plays oder um es zu streamen, aufzeichnen zu können, bearbeiten zu können. Gleichzeitig zeige ich euch, mit welchen Programmen ich arbeite, sowie kostenlose Alternativprogramme und mein ganzes Setup stelle ich euch mal vor, all das nach dem Intro. Im Grunde gesehen braucht ihr dafür nicht wahnsinnig viel, nämlich zu einem braucht ihr eine Video Capture Card, ich benutze hier die Elgato H60S, damit kann ich in Full HD mit 60 Frames pro Sekunde, wird das sehr scharf, aufzeichnen und ihr braucht eben halt einen Computer oder Laptop, der dafür geeignet ist. Also man sollte nicht die absolute Gurke haben, weil je nachdem wie man die Qualität, welche Qualität man aufzeichnen möchte, muss der PC oder eben der Laptop eben halt auch gewisse Rechenvorgaben machen, also gerade die CPU und auch die GPU werden da stark beansprucht, also wenn man einen sehr alten PC hat, der dann doch noch nicht mal, ich sag mal Pinball anständig darstellen kann, ja, dann wird er wahrscheinlich für das Aufnehmen von Let's Plays nicht so wahnsinnig geeignet sein. Welchen PC ich jetzt im Speziellen habe, da verlinke ich euch mal oben hier so ein Video, da habe ich mal so ein Unboxing gemacht, sowas muss es jetzt nicht unbedingt sein, ich hatte vorher einen, glaube ich, mit einem AMD X6 und einer relativ, ja, ich sag mal, Grafikkarte für irgendwie 100, 120 Euro, der hat es dann auch absolut getan. Dann ist es halt so, wenn ihr später höher skalieren wollt oder das Bild verbessern wollt, größere Dateien darstellen, dann verbraucht ihr halt wahnsinnig viel CPU-Last und wenn der PC es nicht mehr kann, dann gibt es sogenannte Frame-Lags, also das lag dann eben halt oder auch nachher die Stimme ist an sich dann nicht mehr synchron, wenn ihr dann eben das für Let's Plays erstellt. Von daher könnt ihr natürlich auch die Software nachher so anpassen, wie das für euren PC brauchbar ist. Ja, daneben braucht ihr dann im Prinzip einfach nur noch die Nintendo Switch und das reicht jetzt nicht nur für die Switch, sondern ihr könnt es auch theoretisch mit der PS4 und mit der Xbox machen, habe ich hier ja auch. Ihr braucht aber die Switch Lite geht nicht, weil ihr die nicht an HDMI, also nicht an dem Fernseher anschließen könnt, sondern ihr braucht dann noch diese Docking Station hier, die ja mit der Switch dabei ist, weil im Prinzip die Capture Card zwischen dem Fernseher gehangen wird und der Switch. Ihr habt hier, zeige ich euch eben halt einen Video-Ausgang auf der Seite, das fokussiert mal wieder wunderbar, naja, ihr müsst euch vorstellen, hier ist ein Video-Eingang auf der Seite, beziehungsweise Video-Ausgang und hier habt ihr noch den Video-Eingang und da geht eben das Kabel von der Switch in die Capture Card und dann weiterhin zum Monitor und dann wird halt in der Mitte das Ganze aufgezeichnet. Es gibt auch noch andere Capture Cards außer die Algato, ich nutze eben halt die Algato, das ist, sage ich mal, auch eine der relativ bekannteren. Ich habe letztens noch eine Box gesehen, ich gucke mal, ob ich die euch finde, dann verlinke ich euch die unten mal in die Box. Generell verlinke ich euch alle Hardware, die ich benutze, unten mal in den Kommentaren, also in der Videobeschreibung. Und zwar ist es auch ganz interessant, die kostet irgendwie so 70 Euro oder 80 Euro und die schließt man im Prinzip auch wie die Capture Card genau dazwischen und dann braucht man dafür aber keinen PC mehr. Sondern man steckt da einen USB-Stick oder eine SD-Speicherkarte ein und er nimmt das Gameplay dann eben direkt auf diesen Speicher-Stick auf. Das heißt, den PC bräuchte man nicht mehr. Wenn ich das Ding nochmal finde, den Link, packe ich es euch eben unten rein. Der Nachteil an der Landsgeschichte ist, so wie wir es jetzt hier machen mit der Algato oder mit einer anderen Capture Card, können wir eben nachher über die Software, die wir jetzt gleich nutzen, das zeige ich euch noch, eben halt auch die Webcam noch mit einblinden und den Greenscreen und das alles rausnehmen. Das funktioniert bei der anderen Methode nicht. Da könnte ich dann tatsächlich nur einfach reines Gameplay aufnehmen. Den kann ich auch nicht kommentieren, sondern es wird ja eben halt direkt auf die Speicherkarte geschrieben. Ich würde vorschlagen, ich zeige euch das Ganze jetzt, wie es bei mir noch angeschlossen ist. Dafür musste ich aber die ganzen Kabel, weil mal wie ist es normal so unterm Tisch, so in so einer Ablage drin, nach oben holen. Ist ein bisschen Chaos, ja. Also verzeiht mir das. Aber dann seht ihr einfach mal, wie es angeschlossen ist, weil ich habe da noch eine kleine, naja, Besonderheit ist es nicht. Ich zeige es euch einfach. So, wie ihr hier seht, hier ist dann meine Capture Card und da hinten steht meine Switch. Da im Prinzip geht das hier in die Capture Card. Bei mir ist es nicht ganz so. Ich habe hier noch ein HD-Switch zwischen, weil ich, wie gesagt, eben halt auch noch die Xbox sowie die Playstation 4, naja, die Playstation momentan ist bei meinem Sohn im Beschlacken, aber grundsätzlich auch noch die Playstation 4 angeschlossen habe. Und dann kann ich später hier einfach über den Knopf bzw. über eine Fernbedienung einfach die Konsolen wechseln und kann dann halt unterschiedliches Gameplay aufzeichnen, ohne ständig das HDMI-Kabel wechseln zu müssen. Ja, und das war's. Und das andere Kabel geht eben wieder hier hinten in den Monitor. Auf eurem PC braucht ihr natürlich dann noch eine Software, wo ihr das Gameplay aufzeichnet und gegebenenfalls eben noch eure Webcam hinzufügt. Ich nutze dafür OBS. Das ist ein relativ weit verbreitetes Tool, eben das heißt Open Broadcaster Software. Das wird eben halt genutzt, um Gameplay aufzunehmen, aber ich kann damit auch streamen bei Twitch oder YouTube, ist das eben auch über die Software möglich. Ich erkläre jetzt eher meine Vorgehensweise, weil ich nutze zum Beispiel OBS lediglich dazu, das Gameplay und den Game Audio darüber aufzuzeichnen, wobei ich aber den, also das, was ich spreche, nehme ich nochmal separat auf mit Outer City. Ich muss hier ein bisschen tricksen, weil ich euch ja im Prinzip jetzt meine Software zeige, mit der ich aufnehme, ohne dass sie aufnehmen muss. Das muss ich jetzt mal eine andere Software machen. Aber, na gut. Also wir haben jetzt hier das OBS. Im Prinzip haben wir hier unsere Szenen, aber stellt euch jetzt einfach vor, das Ganze wäre eben leer. Also ihr installiert das Ganze. Ich packe euch die Links auch unten, wie gesagt, in die Videobeschreibung. Beide Tools sind auch kostenlos. Dann würden wir einfach eine neue Szene erstellen. Ich schreibe jetzt einfach mal hier Tutorial. Wir müssen hier ein paar Besonderheiten jetzt kurz beachten. Ich füge dann jetzt im Prinzip die Elgato hinzu. Das ist ein Videoaufnahmegerät. Ich muss jetzt hier schon ein existierendes hinzufügen. Ihr würdet hier oben einfach neu erstellen, Elgato von mir aus reintragen oder was auch immer ihr wünscht. Capture Card. Ich muss das jetzt mal bei diesem Weg gehen, damit ihr es auch gleich seht. Und dann hättet ihr hier diesen Ausweis stehen. Da könntet ihr jetzt dann mit der rechten Maus auf Eigenschaften gehen. Und würdet dann eben jetzt hier die Elgato auswählen, so wie es hier ausgewählt ist. Ich habe noch die Einstellung genommen, dass ich benutzerdefinierte Auflösung wähle. Und zwar ist es so, dass ich 1920x1080 nehme. Also in Full HD 60 FPS. Das habe ich, glaube ich, standardmäßig gelassen. Und der Audioausgabemodus ist bei mir auf Desktop Audioausgabe Wave. Das heißt, er nimmt dann über meinen PC eben halt auch den Game Sound auf. So, das ist die eine Geschichte. Man kann hier auch noch, wenn man auf Video konfigurieren klickt. Soll ich mal gucken, wo das Fenster aufgeht. Wahrscheinlich auch hier. Ist es so, dass ihr hier noch einstellen könnt, welches Eingabegerät das ist. Und eben, ihr müsst auch einstellen, dass hier die 60 Frames erlaubt werden. Ja, dann nehmt ihr auch 60 Frames auf. Im Prinzip könnt ihr aber auch dann die einzelnen Geräte auswählen. Und wenn ihr eben halt die Switch nehmt, dann macht noch 60 Frames. Wenn ihr den HDMI-Raum erweitert haben wollt, dann müsst ihr das auch auf eure Konsole einstellen. Das kann ich euch gleich nochmal zeigen. Da gibt es einen erweiterten Modus. Den könnt ihr einfach deaktivieren. Und dann habt ihr ein bisschen mehr Farbtiefe beim Aufzeichnen. Jetzt wollt ihr vielleicht nicht nur Gameplay aufnehmen, sondern vielleicht auch noch euer wundervolles Gesicht zeigen. Und dann braucht ihr noch eine Webcam. Ich habe die Logitech E-Hau-Mich-Blau 920 und 930E. Die kann auch 1080p, wenn mich nicht alles täuscht. Und die fügen wir genauso hinzu. Das heißt, wir gehen hier auf Plus. Ein Videoaufnahmegerät. Ich muss jetzt hier wieder die Webcam wählen, weil ich sonst nachher so ein bisschen Probleme bekomme. Und wenn ich jetzt hier auf OK klicke, dann ist das Ganze erstmal groß. Ich wink mal in die Kamera. Hallo. Ich hoffe, dass es synchron ist, die Stimme, weil ich das wieder über eine andere Software aufnehme. Und naja, wir schauen einfach mal am Ende des Tages. Dann habt ihr das Ganze hier. Wie ihr seht, hier ist dann im Prinzip mein Kellerchen. Und den hätte ich vielleicht aufräumen sollen, bevor ich das hier mache. Aber gut. Jetzt haben wir natürlich die Webcam. Und wir wollen das natürlich nicht so lassen, das Ganze. Das heißt, ich habe die Webcam hier. Gehen wir auf Eigenschaften. Moment, ich muss jetzt mal auch alles richtig machen, damit ihr das alles so richtig seht. Nämlich im Hintergrund seht ihr den Greenscreen, welchen ich dazu verwende. Das mache ich nachher am Ende des Videos. Verlinke ich einfach alle Teile mal. Und dann haben wir jetzt hier eben die Größe. Da würde ich auf rechte Maustaste gehen. Und dann war das auch schon so lange. Transformieren und Zuschneiden. Transformation bearbeiten. So, dann haben wir jetzt hier die Auswahl. Und dann können wir eben im Prinzip, sag ich mal, wo packe ich das hin, damit wir es mal sehen. Hier eben die Seiten zuschneiden. Ich denke mal 650. Ne, müssen wir mehr machen. 700. Ich packe das jetzt im Prinzip, schneide das so zu, dass nur der Greenscreen noch zu sehen ist. So, irgendwie so. Links sind da bestimmt 350. Das passt schon. Oben 350. Und dann haben wir es eben halt in der Größe. Das ist mir jetzt aber natürlich zu groß. Das heißt, ich ziehe das noch auf die Größe, wo er es haben will. Platzieren das eben jetzt hier. Und schon bin ich unten links in der Ecke. Oder ich oben rechts in der Ecke. Oder unten rechts. Naja gut, ihr versteht das System. Dann ist es natürlich so, jetzt haben wir den Greenscreen hinten. Und wir wollen natürlich, dass der Greenscreen nachher eben nicht da ist. Und dass alles Grüne ersetzt wird im Prinzip mit dem, was hier ist. Das ist relativ einfach auch bei OBS. Da geht ihr auf die Webcam, macht rechte Maustaste, geht auf Filter. Und hier könnt ihr bei Effektfilter Filter hinzufügen. Ja, wenn ihr auf Plus klickt, habt ihr eben hier verschiedene Filtermöglichkeiten. Dann geht ihr auf Chroma Key. Den habe ich hier schon mal aktiviert. Der ist jetzt nur bei mir deaktiviert. Das heißt, wenn ich ihn anschalte, seht ihr, das Ganze hier unten am besten ist dann eben schon weg. Das muss man natürlich so ein bisschen einstellen. Denn hier mit den Schiebern regelt ihr im Prinzip, wie gut euer Greenscreen dann eben halt nach verschwindet. Da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr eine sehr gute Ausbeleuchtung habt. Das heißt, dass wirklich immer das gleiche Grün vorhanden ist. Da komme ich aber zu den Problemen, die man am Anfang hat oder die ich hatte, komme ich gleich nochmal hinzu. Aber im Prinzip habt ihr bei der Ähnlichkeit könnt ihr hier stellen. Und wenn ihr seht, ich mache hier runter, dann seht ihr, dass der Greenscreen wieder da ist. Und irgendwann verschwindet der und dann passt man so einigermaßen an. Das heißt, die Zahlen, die ich hier habe, müssen bei euch nicht passen, sondern das ist einfach eben unterschiedlich an der Stelle. Aber im Prinzip haben wir dann das Ganze schon hier eingestellt. So, ich möchte jetzt mal ganz kurz auf die Einstellungsmöglichkeiten eingehen. Also wirklich nur ganz kurz. Ich verlinke euch wahrscheinlich unten mal ein Tutorial von OBS, wo das jemand wirklich super erklären kann. Also ich bin da jetzt auch mehr der Leih. Ich habe mich da auch herangetastet. Jeder muss an seinen Einstellungen herantasten, weil es kommt darauf an, was ihr für einen PC habt, wie gut ihr eben halt die Einstellungsmöglichkeiten dort habt. Aber ich zeige euch einfach mal jetzt meine Einstellung. Die wird man wahrscheinlich nicht eins zu eins kopieren können. Aber legen wir einfach mal los. Im Großen und Ganzen hat man hier über Streamen, erkläre ich jetzt nicht, hier müsst ihr eure Keys eingeben. Das ist ein anderes, das muss ich euch jetzt erklären. Hier bei Ausgabe fängt es im Prinzip an. Also ihr habt jetzt hier Streaming. Das ist, wenn man streamen möchte. Wir wollen ja aufnehmen und dann ist halt hier dieser Reiter wichtig. Hier ist dann der Aufnahmefahrt. Das heißt, hier werden meine Gameplays nachher gespeichert. Und ich speichere das im MP4-Format und ich benutze nur eine Audiospur. Wie gesagt, ich nutze nur Gameplay und also den Gamesound nehme ich nur auf. Und meine Stimme kommt separat über ein anderes Tool. Da komme ich gleich nochmal zu. Der Codierer ist Nvidia NVENC New. Das solltet ihr auch immer nehmen, wenn ihr eine gute Grafikkarte habt. Was ich euch erklären kann, der Unterschied hier ist eben halt, dass über die Grafikkarte die Codierung stattfindet. Und bei X264 ist eben so, dass er das über die CPU machen würde und wahnsinnig viel Leistung verwenden würde. Von daher immer, wenn das die neueren Chipsets genau so können, glaube ich, dieses New. Ansonsten, wenn ihr es anwählt und es nicht kann, wechselt er eh auf den anderen. So wurde mir das zumindest mal gesagt. Hier im Prinzip stellt ihr eure Qualität ein. Und hier habe ich auch wahnsinnig lange rumgebastelt und habe mich mit Leuten unterhalten, wie man das am besten macht. Das ist jetzt meine Einstellungen, die für mich ganz okay sind und so passen. Wie gesagt, da kann ich gar nicht so ins Detail drauf eingehen. Ich hatte vorher eher auf VBR den Qualitätsregulierungsmodus, aber mit CQP. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, was das genau heißt, aber da bin ich jetzt aktuell mit wahnsinnig zufrieden. Wie gesagt, ich gucke mal, ob ich euch den Video unten verlinken kann, da wird das genauer erklärt. Audio hier habe ich gar nicht so groß was eingestellt. Das nächste, was ich eingestellt habe, ist eben hier im Audio. Hier Desktop Sound ist bei mir Standard, also ist alles ganz normal der PC-Lautsprecher. Beim Mikrofon habe ich hier bei mir zwar ein Mikrofon eingestellt, das ist aber nur deswegen eingestellt, weil wenn ich streame, dann muss es ja über OBS gehen und dann aktiviere ich im Prinzip das Mikrofon am Ende wieder. Und Video habe ich natürlich noch aufgenommen, das ich eben in Full HD aufzeichne mit 60 FPS. Ansonsten habe ich noch ein Hotkey und das ist der F4. Der startet automatisch die Aufnahme und das ist einem Grund wichtig. Das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. So, ich habe mal kurz die Szene gewechselt. Links seht ihr jetzt Outer City, wo ich jetzt gerade spreche. Dann seht ihr auch mal die Ausschläge. Leider kann ich da keine zweite Instanz von starten, sonst könnte ich euch das direkt zeigen, weil ich nehme jetzt im Prinzip mit einer anderen Software auf, um euch OBS zu zeigen, wo ich ja eben jetzt nicht aufzeichne. Aber normalerweise ist es ja so, dass ich jetzt wieder mein Gameplay separat aufzeichne. Das heißt, ich habe einmal die Videospur mit dem Videosound und mein Audio kommt eben über Outer City, weil ich das da gerne nachbearbeite. Und ich finde, ich kann es dort besser bearbeiten als mit einer anderen Software. Für mich ist es komfortabler, wie das ist. Also, das muss man jetzt nicht so machen. Aber man hat dann natürlich immer das Problem, dass wenn ich jetzt das Aufnahmeprogramm starte und dann Outer City starte, dann habe ich natürlich einen Versatz. Also, ich spreche, aber ihr seht es eben nicht, beziehungsweise es ist nicht synchron. Und da gibt es einfach die Möglichkeit, deswegen habe ich mir hier eingestellt, was ich euch gerade gezeigt habe, in den Einstellungen die Hotkeys Aufnahmestarten F4. Und das Gleiche habe ich nämlich, ich hoffe, da komme ich jetzt dran. Na gut, komme ich nicht dran, weil die Einstellungen ausgeraut sind. Aber im Prinzip habe ich das Identische auch bei Outer City gemacht. Da habe ich gesagt, Aufnahmestarten bei F4. Und wenn ich jetzt F4 drücke, also jetzt kann ich es ja nicht machen, aber bevor ich das Gameplay starte, dann zeichnet er gleichzeitig Outer City die Tonspur auf und OBS die Videospur. Und nachher habe ich es genau synchron. Das zeige ich euch gleich mal im Schnittprogramm, wie das da aussieht. Aber so sind meine Einstellungen. Eine Sache wollte ich noch ganz kurz sagen zum OBS. Ich mache das hier gerade nochmal groß. Im Prinzip seht ihr hier unten das Mikrofon, das ist jetzt hier deaktiviert. Es wäre natürlich auch möglich, dass man in OBS direkt auch die Sprache mit aufnehmt. Dann würde ich euch aber empfehlen, es auf eine zweite Audiospur zu legen. Im Prinzip, weil damit ihr dann, sag ich mal, auch den Audi noch separat vom Game Sound getrennt habt. Weil falls es mal ein bisschen leise oder zu laut ist, dann könnt ihr eben halt das machen. Wie gesagt, ich habe das am Anfang auch so gemacht, aber ich war da mit der Qualität nicht so zufrieden. Ich fand die Bearbeitung auch ein bisschen umständlicher. Das ist jetzt mein persönliches Empfinden nur. Deswegen habe ich das Ganze über OuterCity gelöst. Im Grunde war es das mit den Einstellungen. Ich zeige euch jetzt nur ganz kurz, wie ich das noch mache, welche Programme ich nutze und was es noch für Alternativen gibt. Wen es interessiert, ist in Ordnung. Wen nicht, ihr könnt jetzt abschalten. Also es ist ja so, dass wir bei OBS einstellen, wo die Videodateien landen. Bei mir ist es dann eben hier auf dem PC habe ich YouTube Raw, also Raw Dateien. Und hier landen dann meine Videodateien. Wenn man jetzt mal guckt, ich habe hier zum Beispiel von MyTimeAtPorsche Nummer 14. Wenn man das jetzt mal aufmacht, hört ihr nichts. Genau, weil wie gesagt, ich nehme meine Stimme separat auf. Ich habe jetzt hier nur die Videodatei und eben mich und mehr nicht. Die Videodatei kommt eben dann nachher separat als MP3, was ich ja eben gerade erklärt habe. Ich nutze zur Videoschnittbearbeitung Adobe Premiere und zwar in einem Abo. Das kostet, ich weiß gar nicht, irgendwie 20 Euro im Monat. Wie ihr seht, bearbeite ich gerade hier schon das aktuelle Video, um euch einfach mal zu zeigen. Hier ziehe ich dann einfach die Videodateien eben von diesem Raw rein. Und alles, was ich hier noch in Sounds habe, ja, hier diese Switch-Aufnahmen, das sind jetzt von heute. Die ziehe ich dann eben hier rein und schneide das im Großen und Ganzen eben dann zusammen. So im Prinzip mit der Software arbeite ich. Und für die Thumbnails nehme ich Photoshop, auch von Adobe. Bin ich mega mit zufrieden. Ich hatte vorher Gimp, was auch sehr gut ist. Gimp ist eben halt kostenlos. Das könnt ihr ja problemlos nutzen. Ich nutze jetzt hier mit meiner Tochter zum Beispiel Photoshop und bearbeite dafür die Thumbnails. Das ist im Prinzip noch die Software, die ich dafür verwende. Wer auf der Suche nach einem kostenlosen Schnittprogramm ist, was gar nicht so verkehrt ist, dem kann ich nur Shotcut empfehlen. Damit habe ich meine allerersten Videos hier auch geschnitten. Und das funktioniert auch wirklich super. Ich habe nachher auch Adobe Premiere genommen, weil ich es auch für die Arbeit so ein bisschen benutze. Und von daher ist es schon ganz okay. Aber hier Shotcut ist wie gesagt Open Source. Glaube ich zumindest. Ja, Open Source steht auch da. Cross-Plattformer kann man überverwenden und absolut kostenlos. Und es sind auch wahnsinnig super Videoschnittprogramme. Da gibt es dann auch Tutorials hier auf YouTube. Da einfach mal schauen. Wie gesagt, Link ist relativ einfach. Shotcut.org. Oder wie gesagt, findet ihr auch alles unten in der Videobeschreibung. Am Anfang vom Video habe ich ja gesagt, ich zeige euch nochmal ganz die Hardware, die ich jetzt hier so verwende. Deswegen habe ich die einfach mal hier aufgemacht bei Amazon, wo ich eigentlich auch alles gekauft habe. Meiner Meinung nach, glaube ich zumindest. Ja, hier wie gesagt die Elgato und die HD60S. Bin ich wahnsinnig mit zufrieden. Ist wie gesagt USB 3.0. Daher müsstet ihr auch gucken, dass euer PC USB 3.0 kann. Hat das nicht. Könnt ihr es problemlos nachrüsten mit einer PCI oder PCI Express Karte. Dennoch würde ich erstmal gucken, was euer PC generell für eine Leistung hat. Dann habe ich zur Ausleuchtung und die sind wirklich genial. Habe ich diese sogenannten Nanoleaves, die ich dann auch über eine App steuern kann. Das heißt, ich kann unterschiedliche Farben machen. Und eben wenn ich jetzt hier aufzeichne, mache ich eben Tageslicht, so wie ich es jetzt eben auch habe. Und das ist eine super Ausleuchtung für den Greenscreen. Also die Dinger sind echt genial. Ich habe die auch noch hier mit dem Sound. Das heißt, wenn ich ja Musik spiele, dann machen die noch so fröhliche Farben. Als Mikrofon habe ich hier das Auna Mic 900B. Da habe ich mich damals einfach im Internet informiert. Bin ich auch super mit zufrieden. Ich muss sagen, dass ich nach und nach die Sachen auch gekauft habe. Wenn ihr mal Bock habt und mal sehen, wie die Qualität vorher, vor allem auch die Audioqualität vorher war, dann klickt mal auf das allererste Video hier auf dem Kanal. Ich verlinke euch das mal hier oben. Und dann könnt ihr einfach mal die Qualität von damals zu jetzt vergleichen. Ich bin nur noch der gleiche Lackaffe. Aber ich glaube schon, dass die Bildqualität oder so und auch die Tonqualität sich dann deutlich verbessert hat. So, dann habe ich hier noch so einen Popschutz hier drauf. Da ist auch nichts Tolles. Hier nochmal mein Gaming-Headset. Was ich verwende, ist jetzt auch im Prinzip nichts Spezielles. Bin ich damit mega zufrieden. Was habe ich hier noch? Ah ja, hier ist noch mein Mikrofonarm, den ich verwende. Wir haben alle Links unten nochmal in der Videobeschreibung. Der ist aufgrund einer Sache nicht so ideal bei mir, weil meine Tischplatte ist relativ dick. Und dann kann ich den nicht bei mir am Tisch machen. Und habe den jetzt bei mir im Prinzip links in seinem Schrank. Muss ich den montieren. Ja, der hätte so einen Zentimeter hier noch mehr größer sein müssen. Dann hätte das auch gut gepasst. Und dann eben noch mein HDMI 4K-Switch, wo eben der zwischen meiner Elgato hängt. Wo ich jetzt eben meine Playstation 4, meine Xbox und eben halt die Nintendo Switch angeschlossen habe. Und dann, um nicht über Kabel tauschen zu müssen. Das war im Prinzip meine ganze Hardware. Und ja, wer Fragen hat, einfach am besten einfach in die Kommentare schreiben. Dann beantworte ich das gerne. Aber jetzt bin ich raus. Hat lange genug gedauert. Haut rein. Ciao.